Hallo, hier kurz etwas zu dem, was globaler Neofaschismus ist. Was ist eigentlich Faschismus? Faschismus, die eigentliche Definition von Faschismus ist, wenn Konzerne Regierungen für ihre Zwecke missbrauchen oder mit Regierungen zusammenarbeiten oder umgekehrt, wenn Regierungen, Handlungen, Ausführungen, die von Konzernen unterstützt oder veranlasst wurden, dieses Zusammenspiel Regierung und in heutigen Zeit globale Konzerne. Und ein Beispiel, der Rumsfeld, der war ja da bei 9-11, hatte er wichtige Positionen, Kriegstreiber, Irak, Kriegstreiber und gleichzeitig die Lügen verbreitet über biologische Waffen im Irak und gleichzeitig Halter der Mehrheit Aktien der Lieferfirma von La Roche für Tamiflu, also Lizenzgeber von Tamiflu, Hauptaktionär. Also er ist in Personarbeit, er stellt ein paar Konzerne da in seiner eigenen Person und er betrieb auch tödliche Politik, er ist ein Massenmörderer. Und in diesem Zusammenhang sieht man auch da bei 9-11, da in diesem Gebäude 7, da waren ja Teile des Geheimdienstes, die eigentlich gegen die USA gearbeitet haben und es war dann bequem, dieses Gebäude verschwinden zu lassen, damit alle Beweise weg waren. Die Beweise, dass der CIA hinter dem ganzen Zeug zumindest mit, teilweise mit, verantwortlich war. Aber auch viele Beweise vom Enron-Skandal, auch so ein Konzern, ein globaler Konzern und vom Worldcom-Skandal, also diese Typen, diese Verbrecher und Massenmörder, die schützen sich selber, indem sie ganze Stadtteile zerbomben mit unterirdischen Atombomben und globalen Lügen verbreiten und dann irgendwo im fernen oder nahen Osten ein Land zerbomben und dort mit Lügen behaupten, die hätten Biowaffen und so. Aber selber sind sie, sie sind eigentlich das, das sind die wahren Terroristen und die schützen sich gegenseitig. Also, da wurden so Beweise kaputt gemacht, die eine effektive Verfolgung vom Enron- und Worldcom-Skandal, also von den Schuldigen, dann verunmöglicht haben. So machen diese Kriminellen, dass die waschen sich gegenseitig rein und helfen sich gegenseitig. Das ist eindeutig ein totales Zusammenspiel, auch dieser Silberstein da, Larry Silberstein, ein totales Zusammenspiel von Hochfinanz, von Konzernen und von Regierungsvertretern. Das ist Faschismus, vom brutalsten und vom feinsten Neofaschismus, globaler Neofaschismus. Das sind die Leute, die auf der Masse der anderen rumtrampeln und rücksichtslos rummorden mit ihren Befehlen und Aktionen, die sie einfädeln mit Lügen.